Jetzt? Ja, jetzt. Warte, warte. Wir haben nicht geguckt, woher Wind herkommt, ja? Normalerweise kommt er von da. Okay, soll ich starten? Ich hab Schiss. Müssen wir uns einfach ein bisschen rumpoppeln. Warte, du bist... Der Wind ist hoch. Warte, ich seh ihn nicht. Warte, ich seh ihn nicht. Schön. Geil, wie er fliegt. Kannst du nicht. Super, Retter. Obje. Ah, das ist echtes Blutzeug. Beto, trimm mir mal ein bisschen. Kann ich seh. Ich kann ihn sehen. Wahrscheinlich böhen da oben. Ja, ich muss ja mal trinken. Ah, die Trimmung hat ja irgendjemand ja vorstellt, ja. Das schnitt super. Echt? Ja, fliegt gut. Das schnitt jetzt mal ein bisschen einstellen, weißt du? Ja, gerade fliegt der nicht so was. Ey, wir haben ein Wasserflugzeug. Wie geil ist denn das, oder? Ey, ich filme nicht mehr. Ich kann die Höhe hier alleine geben, ja? Mhm. Du fliegst ja komplett alleine. Ich hab die Hände in der Hosentasche. Das magst du nicht. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Nicht ablenken lassen. Musst du schauen, dass wir... Carsten sagt es, wenn wir gegen die Elswände... ... vent. ... schau doch mal... ... schau doch mal. Ein Spiegel. Das ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel. Wir sind da, die. Wir sind da, die. Aber da ist ein, wenn wir hier. Und deine Momente. Im Blast. 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 Wir sind da, mit den Elefanten, wie da was reiht. Reto gehört ein Portemonnaie. Portemonnaie hier. Reto. Moment. Ja, das gehört hier die Portemonnaie. Das ist höchst, ohne Motor. Von da, von der Fahne, von der Fahne kommt es. Boah. Da gibt's noch mehr wie keine. Super. Cool. Baby is slanted. Baby is slanted. Baby is slanted. Nein, dass wir das Flugzeck holen können. Ganz geil. Ganz geil gehandelt. Geil. Schau mal, schau mal, jungs. Schau mal, schau mal. Geil.